Guten Tag, meine Damen und Herren, hier ist Indubio, der Podcast der Achse des Guten, der Podcast, der Zweifel hegt und Zweifel sät und damit für Aufklärung sorgt. Mein Name ist Burkhard Müller-Ulrich und an diesem Sonntag, dem 16. Mai 2021, möchte ich Sie wieder einmal ermuntern, uns finanziell zu unterstützen, denn nur davon leben wir und nicht von 8,5 Milliarden Euro Rundfunksteuern. Also werden Sie Pate auf achgut.com oder buchen Sie Werbung, die ich hier an dieser Stelle präsentiere. Wenn Sie das interessiert, wenn das für Sie in Frage kommt oder Sie sich sonst für Sponsoring interessieren, dann schreiben Sie einfach an indubio.achgut.com. Meine Gesprächspartner heute sind die Publizistin und frühere Bundestagsabgeordnete Vera Lengsfeld sowie der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsschutzes und vielleicht baldige Bundestagsabgeordnete Hans-Georg Maaßen. Ich grüße Sie herzlich und trage noch nach, dass Sie beide einer geheimnisumwitterten Gruppierung namens Werteunion angehören. Das ist salopp gesagt eine Art Resistanzbewegung in der CDU. Aber Vera, ist sie eurem Parteivorsitzenden Armin Laschet nun ein Dorn im Auge oder tut der nur so? Na, das weiß nur er selbst. Aber man muss ihm zugutehalten, dass er zumindest gesagt hat, dass er die Probleme, die die Union hat, erkannt hat. Er hat gesagt, Deutschland ist ein Sanierungsfall und wir brauchen jetzt nicht mehr Bürokratie oder Gängelung. Wir brauchen jetzt die innovativen Ideen der Bürger. Und das ist genau auf die Werteunion zugeschnitten, denn die hat sich gegründet, um ihre innovativen Ideen in die Partei einzubringen. Es geht uns vor allen Dingen darum, dass sich die Union wieder auf ihren Markenkern besinnt, dass sie eine Partei ist der wirtschaftlichen Vernunft und des Rechtsstaates. Da haben wir allerdings eine ganze Menge zu tun. Herr Maaßen, bis jetzt würden Sie das sicher alles bestätigen, aber wenn ich das richtig verstanden habe, dann war das Geraunze von Armin Laschet doch ziemlich in Ihre Richtung gemeint, oder? Es mag sein, auch da muss man Armin Laschet persönlich fragen, was die Motivation war, das zu sagen. Ich persönlich habe den Eindruck, dass man mir gegenüber eine gewisse Skepsis hat, weil, ich sage mal so, die politische Führung sehr gerne eine schwarz-grüne, möglicherweise auch eine grün-schwarze Koalition im Bund möchte und ich mich klar dagegen ausspreche. Ich bin der Auffassung, die CDU sollte nicht mit den Grünen koalieren und weil man wahrscheinlich die Gefahr sieht, dass Maaßen, wenn er denn im Bundestag ist, mit einer ganzen Reihe von Alliierten, auch aus dem Berliner Kreis der CDU-Bundestagsabgeordneten, das torpedieren könnte oder das erschweren könnte, weil man das sieht oder vermutet, möchte man mir gerne ein Bein stellen. So nehme ich auch die öffentliche Diskussion über meine Person wahr. Und zu dieser öffentlichen Diskussion gehört ja, und wir wollen ja hier gemeinsam ein bisschen abarbeiten, was alles in dieser Woche vorgefallen ist, zu dieser Diskussion gehört erstmal ein Auftritt von Luisa Neubauer im Talk-Format von Anne Will, die Ihnen, Herr Maaßen, wie war das gleich, Antisemitismus, aber nein, hieß es dann, doch nicht Antisemitismus, aber doch, er hat antisemitische Blogs weiterverbreitet, also dreimal um die Ecke, aber dann doch Antisemitismus, ja? Also ich muss ehrlich sagen, ich schaue mir diese Talkshow nicht an. Mir ist es nachher berichtet worden, manches habe ich auch gelesen, völlig absurd, diese Vorwürfe, jeder, der mich kennt und meiner guten Beziehung zu Israel und zu den dortigen Diensten kennt, weiß, dass es ausgemachter Blödsinn ist und dass die Zielrichtung war, mich zu diskreditieren und das nehme ich einfach als Wahlkampfkampagne wahr, Maaßen diskreditieren, heißt eine schwarz-grüne oder grün-schwarze Koalition zu erleichtern. Jetzt hat man es versucht, zunächst mal versucht mit Rechtspopulismus, dann mit Rechtsradikal, all das hat nicht geholfen. Da hat man dann versucht, die Wunderwaffe zu nehmen und mich dann als Antisemiten darzustellen. Aus meiner Sicht ist dieser Versuch kläglich gescheitert. Ich bin kein Antisemit, im Gegenteil, ich bin jemand, der für Israel sich einsetzt und auch für die Juden in Deutschland seit Jahren sich einsetzt gegen Antisemitismus in Deutschland. Ausgerechnet mir das vorzuwerfen, das ist schon, muss ich sagen, ziemlich makaber und zeigt im Grunde genommen zu, was meine politischen Gegner, die mich als Feinde behandeln, auch charakterlich und moralisch in der Lage sind. Also man muss man ja dazu sagen, das ist ja umso absurder als Frau Neubauer, die das Gesicht von Fridays for Future ist, die zum Teil wirklich antisemitisch sind. Denn an Veranstaltungen von Fridays for Future haben Leute teilgenommen, die anti-israelische Parolen und Reden geschwungen haben und das auch weiter tun. Also der letzte Twitter-Nachricht von Greta Thunberg war ja eine Unterstützung von Naomi Klein, die eine ausgesprochene Israel-Kritikerin und der Antisemitismus kommt ja heute als Israel-Kritik rüber. Und dann hat ausgerechnet Frau Neubauer gesagt, ach, das ist ja nicht, sie hat das klargestellt und damit ist die Sache erledigt. Währenddessen sie, ihre Vorwürfe hat sie drei Tage gewartet, ehe sie mit Belegen aufgewartet hat, die gar keine Belege sind. Denn was wurde ihnen vorgeworfen, sie benutzten das Wort Globalisten. Da wollte nicht mal mehr Matthias Quent von der Antonio-Amadeo-Stiftung richtig aufsteigen, der gesagt hat, nein, nein, Globalisten ist eigentlich kein Wort, was nur von den Rechten oder von den Antisemiten benutzt wird. Aber man könnte es natürlich irgendwie noch so einordnen. Und dann, dass sie irgendwelche Artikel geteilt haben, die auf einem Block standen, wo unter anderem auch antisemitische Inhalte gestanden haben sollen. Aber welche hat sie meines Wissens nicht gesagt. Also das ist eine reine Verleumdungskampagne unter dem Motto, wo Rauch ist, wo viel Rauch gemacht wird, muss irgendwo auch ein Feuer sein. Herr Maaßen, was hat es denn mit den Globalisten auf sich? Wo haben Sie den Ausdruck her und was bedeutet er? Also der Ausdruck Globalisten, der wird ja von vielen verwendet. Es gibt auch einen Bestseller über den Globalismus als eine Ideologie, die aus Amerika kommt und die Elemente, ich sage mal, das Feudalkapitalismus wird mit sozialistischen Elementen verbindet. Und das entscheidende Element ist aber, dass man den Nationalstaat überwinden will und an deren Stelle im Grunde genommen kapitalistisch-sozialistische Elemente einsetzen möchte. Deutlich wurde das auch in dem Buch von Klaus Schwab, die große Transformation oder The Great Reset, wo ich den Eindruck habe, dass Klaus Schwab die Ideologie des Globalismus in Teilen verinnerlicht hat und in seinem Buch sich auch zu eigen gemacht hat. So, jetzt haben wir ja schon gehört, dass es hier im Wesentlichen um diese übliche Kontaktschuldvermutung geht, also nicht das, was Sie sagen, ist eigentlich zu kritisieren, sondern, dass Sie Applaus von der falschen Seite bekommen, Applaus von ganz bösen, überzeugten Nazis, siehst du es sogar. Vera Lengsfeld hat schon darauf hingewiesen, was im Augenblick in unseren Straßen passiert. Und ja, man muss es im Zusammenhang jetzt mit den Kämpfen in Israel und um Israel mal ganz klar sagen, die Antisemiten sind auf deutschen Straßen unterwegs und rufen, hoch lebe die Hamas. Das ist richtig. Also wir haben mit dem hohen Zuzug an Muslimen nach Deutschland auch Antisemiten ins Land genommen. Das muss man ganz offen sagen. Und ich habe den Eindruck, die politische Linke oder die Sozialisten, die Ökosozialisten in Deutschland wollen dieses Problem totschweigen. Es ist nicht so, als ob wir nur ein rechtsextremistisches Antisemitismusproblem haben. Das haben wir, das haben wir schon seit Jahrzehnten. Das haben die Sicherheitsbehörden auch auf dem Radarschirm. Aber in den letzten Jahren haben wir auch ein muslimisches Antisemitismusproblem bekommen, das aus meiner Sicht von der Linken auch durchaus hofiert wird. Und zwar nicht unter der Überschrift Antisemitismus, sondern pro Palästina und damit kontra Israel, was letztendlich nichts anderes ist als die Infragestellung Israels und damit Antisemitismus. Vera, hast du die Bilder gesehen von den Demonstrationen? Ja, natürlich habe ich mir diese Bilder angeguckt und habe vor allen Dingen auch mir die Berichterstattung angeguckt über die verschiedenen Demonstrationen. Und ich muss sagen, der Antisemitismus marschiert nicht nur auf den deutschen Straßen, sondern die Antisemiten sitzen für mich auch ganz eindeutig in den Redaktionen. Also zum Beispiel am letzten Sonntag hatten wir in Berlin eine Demonstration, eine Pro-Israel-Demonstration am Brandenburger Tor. Da hatte der Jüdische Studentenbund dazu aufgerufen. Und am gleichen Tag fand eine Pro-Palästina-Demonstration vor dem Neuköllner Rathaus statt. Der RBB hat darüber berichtet. Aber wie hat er berichtet? Er hat nicht die Pro-Israel-Demonstration am Brandenburger Tor erwähnt, mit keinem Wort. Die Berichterstattung ging nur über diese Neuköllner-Demonstration, wo anti-israelische Parolen gerufen wurden, wo Symbole und Flaggen verbotener Organisationen gezeigt wurden. Das erwähnte die Moderatorin, sagte aber, Ach, und als die Polizei das verlangt hat, dass diese Symbole aus der Demonstration entfernt werden, fühlten sich die Demonstranten gegängelt. Und dann wurden Demonstranten interviewt, was sie denn zu diesem Konflikt zwischen den Israelis oder der Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern, also die Israelis als erste genannt. Jeder assoziiert, aha, das sind die Angreifer. Und dann wurden dort Demonstranten interviewt, die Israel beschuldigt haben. Und der Höhepunkt war, es wurde ein Palästinenser interviewt, der als Kind nach Deutschland kam, hier studiert hat, Politikwissenschaft und jetzt Integrationstrainer ist für Schulen. Und der hat dann gesagt, naja, was im Nahen Osten passiert, das kann demnächst auch oder das wird demnächst auch in Berlin oder hier in Deutschland passieren. Denn die Situation ist so unerträglich geworden und man könnte das nicht mehr tolerieren. Das ist für mich eine eindeutige Drohung gewesen. Und ich habe mich dann gefragt, wenn dieser Mann in die Schulen geht und den Kindern diesen Nahostkonflikt erklären soll, das wird er genauso tun, wie er sich vor der Kamera geäußert hat, nämlich anti-israelisch. Und das wird nicht nur geduldet, das wird gefördert. Und eine zweite Sendung habe ich mir auch genauer angeguckt am ZDF, ist eine Professorin, eine deutsche Professorin interviewt worden, und zwar fünf Minuten lang, die in Ramallah gelehrt hat. Und die hat die ganzen fünf Minuten ununterbrochen Israel die Schuld an diesen Gewaltausbruch zugeschoben, dem sie gesagt hat, Israel als Besatzer hätte die Palästinenser so unerträglich unterdrückt, dass die Bevölkerung das alles nicht mehr toleriert. Die Moderatorin hat ihr keine einzige kritische Frage dazu gestellt. Im Gegenteil, die Frau konnte fünf Minuten lang Israel beschimpfen, beleidigen und behaupten, Israel wäre der alleinige Schuldige an diesem Gewaltausbruch. Und das ist für mich gesendeter Antisemitismus und ich muss den, und das finde ich den größten Skandal, mit meinen Rundfunkgebühren bezahlen und kann mich nicht dagegen wehren. Herr Maaßen, manches von dem, was wir eben gehört haben, ist das nicht eigentlich ein Fall für einen Verfassungsschutz? Es gibt sehr viel im Bereich des linksextremistischen Antisemitismus, was der Verfassungsschutz sich näher anschauen sollte und nicht nur linksextremistisch, auch der linke Antisemitismus. Das ist richtig, aber der Verfassungsschutz kann nicht alles machen. Schwerpunktmäßig müsste er sich vielmehr mit dem muslimischen Antisemitismus beschäftigen, der nun wirklich zu Gewaltaufruf, der linke Antisemitismus, der daherkommt als Pro-Palästinenser-Initiativen oder Pro-Palästinenser-Politik, was im Grunde nichts anderes ist als ein Antisemitismus, der das Existenzrecht Israels infrage stellt, ist letztendlich heimtückisch, aber auch darum muss sich der Verfassungsschutz eigentlich kümmern. Vor allem, wenn auf den Straßen tot den Juden gerufen wird, spätestens dann, Verfassungsschutz oder nicht, müsste direkt die Polizei einschreiten. Und man fragt sich natürlich auch, wieso sind solche Demos, die ja wohl irgendwo auch angemeldet wurden, die entstehen ja nicht ganz spontan, oder? Wer genehmigt sowas? Also es sind die kommunalen Behörden, die das genehmigen. In Berlin ist es das Land Berlin, das das genehmigt. Und natürlich hätte man auch Möglichkeiten, genauer hinzuschauen und zu sagen, eine derartige Versammlung, eine derartige Demonstration genehmige ich nicht. Auch aufgrund der Erfahrung in den vorangegangenen Jahren, wenn man sich diese Demonstrations-Malkutztag anschaut, die regelmäßig einhergehen, mit anti-israelischen und antisemitischen Äußerungen, kann man natürlich sagen, aufgrund der vorangegangenen Erfahrungen kann man diese Veranstaltung verbieten. Mal schauen, ob das Verwaltungsgericht das mitmacht. Aber das macht man nicht. Und das ist aus meiner Sicht auch ein politisches Signal. Dieses politische Signal ist auf der einen Seite heuchlerisch zu sagen, wir alle sind gegen Antisemitismus. Und in Wirklichkeit diese antisemitischen Äußerungen zuzulassen, das ist etwas, was aus meiner Sicht in Deutschland politisch völlig inakzeptabel ist. Aber das ist politische Realität zurzeit. Ich habe mehrmals an den Anti-Alkutzt-Demonstrationen teilgenommen. Und wir haben die Erfahrung gemacht, wir sind eingekesselt worden von der Polizei, damit wir die Alkutzt-Demonstrationen nicht stören. Uns sind die Israel-Fahnen abgenommen worden. Und da ist ein Polizist vor unseren Augen sogar eine Fassade hochgeklettert, um eine Israel-Fahne von einem Balkon zu holen. Und wir haben in Berlin ja auch schon vor Jahren das Problem gehabt, dass es eine Demo gab, wo die Rufe erschallten, Hamas, Hamas, Juden ins Gas. Und es passiert nichts. Die Konsequenzen sind nicht gezogen worden. Und jetzt haben wir wieder, es wird erschreckend geäußert über den Antisemitismus auf unseren Straßen, jetzt aktuell in Gelsenkirchen und anderswo. Aber die Tatsache ist, dass die Behörden und der Staat immer wieder zurückweicht. Also es war ja nicht nur im Hagen der Fall, dass die Israel-Flagge wieder eingeholt wurde. Auch hier bei mir in Berlin-Pankow war erst am Rathaus aus Solidarität mit Israel eine Israel-Fahne rausgehängt worden. Dann gab es Proteste, es soll sogar Drohungen gegen den Bürgermeister gegeben haben. Dann wurde die Fahne eben wieder eingerollt und abgehängt. Das ist ein Zurückweichen der staatlichen Institutionen vor diesen Gewaltausbrüchen und vor diesen Drohungen. Und das ist ein Fehler. Wobei es in Hagen ja nicht wirklich Solidarität mit Israel in dem Sinne war, dass man jetzt das als einen Kommentar zum aktuellen Geschehen auffassen sollte. Sondern, wenn ich es recht verstanden habe, ging es um eine Feier einer bestehenden Partnerschaft. Also so und so lange. Ein Jubiläumstag. Ein Jubiläumstag. Und dann hat man festgestellt, huch, aber jetzt ist es ja brenzlig, sich zu diesem Jubiläum zu bekennen. Naja, da hat es auch Proteste. Also die offizielle Lesart war ja, es hätte Bürger irritiert und die hätten das falsch verstanden. Und deswegen hat man die Fahne abgehängt. Aber mir geht es um diese Tatsache, dass sofort, wenn irgendeine Kritik angemeldet wird, sofort der Rückzug angetreten wird. Ja, das ist auch aus meiner Sicht so. Unter der Überschrift Deeskalation entschuldigt man Feigheit und das Außerachtlassen rechtsstaatlicher Prinzipien. Und das ist derzeit die Realität leider in vielen Teilen Deutschlands. So ist es leider, ja. Um das Kapitel Israel abzuschließen, das heißt, eine Kleinigkeit will ich noch nachtragen, weil eben auch schon von den öffentlich-rechtlichen Medien die Rede war. Die Tagesschau hat was ganz besonders Apartes gebracht, nämlich da war von den Kommandeurinnen und Kommandeuren der Hamas die Rede, was natürlich im Tagesschau-Jargon inzwischen wegen des Genderns absolut üblich ist, aber was natürlich ein bisschen drollig ist, denn ich glaube, die Hamas dürfte relativ wenige Kommandeurinnen haben, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das ist ein Aberwitz in sich. Eine Frage noch, was ist denn Ihr persönliches Verhältnis, Herr Maaßen, zu Israel? Wie informieren Sie sich? Haben Sie direkte Kontakte dorthin? Also ich habe direkte Kontakte nach Israel. Ich habe Kontakte zu Juden mit sehr guten Beziehungen nach Israel, zu in Deutschland lebenden Juden. Ich war früher häufig in Israel gewesen, überwiegend aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit und hatte da eine, ich muss sagen, eine sehr, sehr starke berufliche Beziehung zu den dortigen Partnern aufgebaut, die ich persönlich, menschlich sehr schätzen gelernt habe, als starke Typen mit einem klaren Kompass und wo ich auch gelernt habe, dass Israel für mich eine Insel ist, eine Rechtsstaatsinsel, eine Menschenrechtsinsel, eine Demokratieinsel in einem Ozean von Totalitarismus und religiösem Wahn. Vera Lengsfeld? Also einer meiner guten Freunde, Chaim Noll, ist nach Israel ausgewandert, lebt dort jetzt schon, glaube ich, fast zwei Jahrzehnte und da kriege ich also aus erster Hand Berichte. Ich bin auch schon sehr häufig in Israel gewesen, bestimmt ein Dutzend Mal. Chaim wohnt zum Beispiel in Sichtweise der palästinensischen Grenze, und von daher konnte ich auch immer meine eigenen Beobachtungen machen, zum Beispiel, dass die Politik das eine ist und das alltägliche Leben das andere. Also man konnte am Checkpoint beobachten, wie die palästinensischen Handwerker nach Israel rüberfahren, um dort zu arbeiten und Geld zu verdienen. Und das ist ein ziemlich reger Grenzverkehr und das funktioniert auf der Ebene der Bevölkerung offensichtlich sehr gut. Und deswegen war ich zum Beispiel auch auf das ZDF so sauer, auf dieses Interview, wo die Professorin immer behauptet hat, es wäre die Bevölkerung, die palästinensische Bevölkerung, die sich gegen Israel wendet. Dabei ist es die Terrororganisation Hamas und die Bevölkerung wird da sozusagen als Schutzschild benutzt. Ganz offensichtlich, das sind jedenfalls meine Beobachtungen, sind die Beziehungen zwischen den Palästinensern und den Israelis viel entspannter als die Politik ist. Wir haben vor einer Woche hier in Indubio über das Bundesverfassungsgericht lang und breit gesprochen und insbesondere auch über die Berufung von seinem Vorsitzenden Stefan Harbarth. Dies vor dem Hintergrund des gerade ergangenen sogenannten Klimaurteils, das ja weite Teile der Politik überrascht hat. Herr Maaßen, ich würde gerne mal, da Sie ja auch ein ausgewiesener Jurist sind, Ihre Meinung dazu hören, denn jetzt hat sich Norbert Lammert, der frühere Präsident des Deutschen Bundestags, zu Wort gemeldet und sagt eigentlich, ja, das ist in Ordnung, denn das Verfassungsgericht ist nun einmal politisch aufgestellt. Also er sagt hier, die Vorstellung, Entscheidungen der obersten Richter in Karlsruhe seien nur juristisch begründet und nicht auch politisch gedacht, ist bestenfalls ein gut gemeintes Missverständnis. Was fangen Sie mit so einem Satz an? Ich glaube, die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist gut begründet, aber sie geht aus meiner Sicht von ideologischen Prämissen aus und das würde ich kritisieren. Die ideologischen Prämissen im Bereich des Klimaschutzes sind, es gibt einen Klimawandel, ja, persönlich bin ich auch davon überzeugt. Zweite Prämisse ist, es gibt einen Klimawandel, der menschengemacht ist, muss ich sagen, das ist wissenschaftlich, nach allem, was ich weiß, umstritten, zumindest der Anteil dessen, was Menschen gemacht ist. Und drittens, wir Deutschland können diesen Klimawandel durch Maßnahmen stoppen oder eindämmen, was auch umstritten ist. Ich habe den Eindruck, das Bundesverfassungsgericht hat diese drei Prämissen einfach mal so angenommen, dass es so ist. Da muss ich sagen, das ist für mich schon fast scholastisch oder dogmatisch. Wenn man das so tut und sagt, bei allen dreien muss man ja sagen, ja, es gibt einen Klimawandel, ja, der ist menschengemacht und ja, Deutschland kann ihn maßgebend beeinflussen, dann muss ich sagen, ist alles juristisch gesehen nachher nur noch Handwerksarbeit. Aber in einer rechtsstaatlichen Demokratie darf es keine Prämissen geben, die dogmatisch sind, das heißt unverrückbar sind, sondern auch diese Prämissen müssen infrage gestellt werden. Das Bundesverfassungsgericht hätte hier tiefgehend untersuchen sollen, ob das wirklich so ist. Und das sehe ich jedenfalls in der Entscheidung, ist nicht der Fall gewesen. Vera, wie hoch ist das Vertrauen in das höchste Gericht noch? Ja, wahrscheinlich ist das noch höher, als dieses Gericht es verdient. Was ich beobachte, ist, dass in einer Demokratie soll ja Gewaltenteilung herrschen und die verschiedenen Institutionen sind so aufgestellt, dass man sich wechselseitig kontrolliert. Aber das Verfassungsgericht kontrolliert die Regierung aus meiner Sicht nicht mehr, sondern nickt die Regierungsentscheidungen ab oder setzt sogar noch eins drauf, wie mit dem jüngsten Urteil. Und das ist, glaube ich, rechtsstaatlich und aus Gründen der Demokratie eine sehr gefährliche Sache. Damit wird das aufgehoben, was eine Demokratie ausmacht, nämlich Gewaltenteilung und Kontrolle. Also ich habe auch meine Zweifel, ob das richtig ist, dass die Staatsanwaltschaft politischen Weisungen unterliegt und die auch ausführt. Wir hatten ja jetzt gerade in Thüringen dieses Problem, dass ein Familienrichter ein Urteil gefällt hat, was der Corona-Politik der Regierung scharf widersprach. Er hat ja angeordnet, dass es in zwei Schulen in Weimar keine Maskenpflicht, keine Testpflicht und so weiter geben darf. Und der Kultusminister von Thüringen hat die Staatsanwaltschaft angewiesen, gegen diesen Richter vorzugehen. Und die hat das auch gemacht, obwohl das von Anfang an zweifelhaft war, dieses Vorgehen. Und inzwischen gibt es ja dieses Urteil vom OLG Karlsruhe, das dem Weimarer Richter den Rücken gestärkt hat und gesagt hat, er war befugt, diese Entscheidung zu treffen. Die Tatsache, dass in Deutschland die Staatsanwaltschaften der politischen Weisung unterliegen, ist etwas sehr Interessantes. Das wird ja auch auf europäischer Ebene zum Teil kritisiert. Deutschland steht da sogar ein bisschen am Pranger. Ich habe aber gehört, und das würde ich jetzt gerne mal von Ihnen erklärt bekommen, Herr Maaßen, dass das historisch durchaus eine demokratische Bewandtnis hatte, nämlich insofern, als dass zu Beginn des Dritten Reichs die Staatsanwaltschaften ja quasi mitgewirkt haben, den Staat zu unterhöhlen, auszuhöhlen von sich aus. Und dass man deswegen das nicht nochmal haben wollte, dass da quasi ein Staat im Staate entsteht. Ist das falsch wiedergegeben? Also ich hatte als junger Jurist von einem Staatsanwalt gelernt, die Staatsanwaltschaft ist die unabhängigste und überparteiligste Behörde überhaupt. Sie soll beide Gesichtspunkte berücksichtigen, die der Anklagevertretung und auch die der Verteidigung. Das heißt, sie ist nicht wie in den USA die unbedingte Anklagebehörde. Das ist das Ideal, was man in Deutschland über viele, viele Jahrzehnte auch so hatte, dass die Staatsanwaltschaft eine unabhängige, eigentlich in sich unabhängige Behörde ist, die beide Interessen auch berücksichtigt, nicht ein unnachgiebiger, parteiischer Straferfolger ist. Aber ich glaube, dass dieser Gesichtspunkt wäre schön, wenn es nicht die politische Einflussnahme auf die Staatsanwaltschaften gibt. Und diese politische Einflussnahme gibt es ganz offensichtlich dadurch auch, dass leitende Oberstaatsanwälte, dass Generalstaatsanwälte mit Blick eben auf parteipolitische Ausrichtungen eingesetzt werden und dass eine starke Personalpolitik auch stattfindet mit Blick eben auf parteipolitische Präferenzen. Und das ist für unsere Justiz sehr schlecht. Das ist sehr schlecht für die Unabhängigkeit, die persönliche Unabhängigkeit der Staatsanwälte, wenn die mit, ich sage mal, mit persönlichen Folgen rechnen müssen, wenn sie unliebsame staatsanwaltschaftliche Entscheidungen treffen, ist allerdings auch für den Rechtsstaat eine erhebliche Hypothek und schadet auf Dauer dem Rechtsstaat. Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz hat jetzt ein Ermittlungsverfahren am Hals. Das heißt, es ging um mögliche Falschaussagen vor einem Untersuchungsausschuss. Wir erleben jetzt mehr und mehr, dass auch Politiker sogar noch im Amt mit den Staatsanwälten zu tun bekommen. Ist das ein Beweis für die Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft oder ist es eine Politisierung, eine weitere Politisierung des Justizapparats? Ich empfinde es auch als eine weitere Politisierung des Justizapparates. Ich nahm es auch schon wahr bei Bundespräsident Wulff, wo gegen ihn, man kann sagen, unnachgiebig Strafverfolgung betrieben wurde, wobei es hier nicht die große Politik war, die Druck ausgeübt hat auf die Staatsanwaltschaft, sondern ich sage mal, die Medien waren das gewesen, die diesen Druck aufgebaut hatten und die Staatsanwaltschaft konnte sich dem nicht widersetzen oder widerstehen. Aber seitdem ist einiges in Deutschland passiert und es ist natürlich verlockend, die Staatsanwaltschaft vor den politisch oder medialpolitischen Karren zu spannen, um Druck auszuüben auf politische Gegner, auch wenn es letztendlich gar nicht zur Anklageerhebung kommt, aber allein die Tatsache, das ermittelt wird und wenn das in den Medien transportiert wird, ist schon ein Makel, der jedenfalls für die Politik oder für die Wahl entscheidend sein kann, ob ein Politiker ein Karriereende hat oder ob er in der politischen Karriere einen Schritt weiter kommen kann. Aber ist die Möglichkeit, Politiker ins Gefängnis zu bringen, schlimmstenfalls, nicht etwas für unsere Verhältnisse doch relativ Neues, also in der Demokratie jedenfalls und wir sehen es ja jetzt auch in anderen Staaten, also der ehemalige Präsident in Frankreich, Sarkozy, hat wirklich jetzt die Problematik am Hals. Bei Trump versucht man es auch und ich weiß ja, dass manche davon träumen, auch Angela Merkel irgendwann zur Rechenschaft gezogen zu sehen. Was verändert das insgesamt an unserem politischen Gefüge und Denken? Also ich glaube, da muss man unterscheiden. Wir kennen das schon seit Jahrzehnten aus fernen, fernen Ländern. Ich denke gerade mal an Südkorea, wo ein Staatspräsident nach dem anderen dann vor der Staatsanwaltschaft erscheinen musste und dann letztendlich auch verurteilt wurde. Nachdem er das Amt abgegeben hatte, das war für deutsche Verhältnisse völlig unverständlich gewesen, dass Regierungschefs vor Gericht erscheinen und verurteilt wurden. In Europa haben wir auch mittlerweile eine Reihe von Fällen. Ich denke da auch an Craxi aus Italien oder jetzt haben sie Sarkozy erwähnt. Man darf nicht vergessen, hier geht es wirklich um manifeste Straftatbestände, die verwirklicht wurden, regelmäßig Begünstigungen beziehungsweise Korruptionsfälle. Was wir in Deutschland, aber auch in einer Reihe von anderen Staaten derzeit erleben, das sind subtilere Vorwürfe, die meistens auch nicht wirklich nachgewiesen werden können und wo, wie ich vorhin sagte, allein der Vorwurf und die Tatsache, dass die Staatsanwaltschaft jetzt ein Verfahren einleitet, schon zu einem Ende der Karriere führen kann. Bisher ist noch kein Politiker in Haft gegangen wegen Korruption oder schwerer Straftat in Deutschland. Ich kann sagen, die Politiker konnten bislang unbeschadet einer strafrechtlichen Verantwortung Politik gestalten, aber es ist subtiler. Wie gesagt, beim Bundespräsidenten Wulf, Bobby K. und mögliche Geschenke von Freunden haben zu dem Ermittlungsverfahren geführt, mit dem Ziel, ihn dann auch politisch zu diskreditieren. Vera, da muss man natürlich unterscheiden zwischen den manifesten Straftatbeständen, wie es Hans-Georg Maaßen gerade gesagt hat, und der Möglichkeit, politische Fehlentscheidungen zu ahnden. Ist das ein erstrebenswerter Weg? Also ich muss gestehen, dass ich dafür bin, dass Politiker auch die Verantwortung dafür übernehmen müssen, was sie getan haben. Also wenn es grobe Fehlentscheidungen gibt, die großen Schaden angerichtet haben, dann fände ich das in Ordnung, wenn sich dann auch Politiker verantworten müssten. Es wird ja immer viel zu viel angerichtet, ohne dass es irgendwelche Folgen hat. Jeder verantwortliche Unternehmer muss für seine Entscheidungen haften. Und ich bin der Meinung, dass verantwortungsvolle Politik auch für die Entscheidung, die sie trifft, haften müssen sollte. Ja, zum Schluss noch vielleicht ein Blick, weil schon von Frankreich die Rede war, auf diese doch extrem interessante und überraschende Wortmeldung der Generäle. Da ist ja sozusagen eine vierte Kraft jetzt aufgetreten im Staat, die man erst versucht hat, auf die übliche Weise unter den Teppich zu kehren, mundtot zu machen, aber das funktioniert nicht ganz so. Diese Generäle, die warnen vor einem Bürgerkrieg. Und wir haben ja oft mal gehört, dass Frankreich uns so ein bisschen voraus ist in vielerlei Hinsicht. Ist so etwas bei uns vorstellbar? Vera? Also ich sehe die Gefahr ganz klar. Es wird ja auch immer offener mit Gewalt gedroht gegen die Gesellschaft und die Aktivisten. Jetzt gibt es ja sogar eine Migrantifa, also ein migrantischer Ableger der Antifa, die immer aktiver werden und deren Aktionen auch immer gewaltiger wird. Ja, ich sehe diese Gefahr durchaus, aber ich glaube, dass es nicht nur für Deutschland und Frankreich ist, wenn ich heute gelesen habe, dass es in Mailand 3000 muslimische Aktivisten ihren Judenhass in den Parolen skandiert haben, dann weiß ich, dass das kein exklusives Problem von Deutschland oder Frankreich ist. Diese Situation, die Michel Ullbeck in seinem Roman beschrieben hat, als der Roman erschienen war, noch als Fiction abgetan wurde, ich finde, diese Entwicklung hat sich schon sehr weit vorgewagt und sie beschleunigt sich. Also ja, ich sehe diese Gefahr. Hans-Georg Maaßen. Ich sehe jedenfalls eine starke Gefahr der Radikalisierung innerhalb der Gesellschaft, Radikalisierung von Migranten, aber auch von Migrationsgegnern, aber das größere Problem sehe ich darin, dass die politisch Verantwortlichen Probleme, die offensichtlich bestehen, einfach totschweigen beziehungsweise diejenigen, die sie aussprechen, ausgrenzen und Themen tabuisieren. Und das führt letztendlich dazu, dass wenn Probleme nicht ausgesprochen werden, sie auch nicht gelöst werden können und die Betroffenen, die unter diesen Problemen leiden, sich radikalisieren. Und das mag jedenfalls auch zu schweren gesellschaftlichen Verwerfungen führen. Dann greife ich zum Schluss mal das Stichwort Ausgrenzen auf und frage Sie, welche Gemeinsamkeiten, aber auch welche Unterschiede gibt es zwischen Sarrazin, Palmer, Wagenknecht, Maaßen und Lengsfeld. Wer will anfangen? Herr Maaßen. Also ich glaube, mit Ausnahme von Frau Lengsfeld sind die anderen genannten Personen anderer Parteien. Das sind schon große Unterschiede. Eine Gemeinsamkeit besteht natürlich darin, dass die Mehrheit in den Parteien undulsam geworden ist gegenüber Personen wie mir oder auch anderen, die gegen den Strom schwimmen. Undulzimmer heißt, man will das nicht hören, weil Themen angesprochen werden, die tabuisiert sind, weil die Personen aus Sicht der Parteiführung oder der Verantwortlichen sich in einer Art und Weise äußern, die jedenfalls dem Kommensens der Parteiführung nicht entspricht. Und deswegen werden sie ausgegrenzt und das bedeutet, sie werden entweder marginalisiert oder tabuisiert oder dämonisiert oder jedenfalls aus der Partei sogar rausgeworfen. Und das ist aus meiner Sicht eine sehr besorgniserregende Entwicklung, weil Volksparteien hatten immer das Ziel gehabt, alle gesellschaftlichen Gruppierungen, ob es nun Linke oder Rechte sind, Evangelische oder Katholiken oder Atheisten, in dieser Partei mit aufzunehmen, deren Position zu bündeln, zu kanalisieren und als einheitliches Programm nach außen zu geben. Wenn die Partei das nicht mehr will, dann ist es keine Volkspartei mehr, dann geht es hier eher in Richtung Spachtenpartei oder Sektenpartei, wie man es in Teilen auch schon wahrnehmen kann. Bevor ich jetzt Vera Lengsfeld das Schlusswort gebe, noch eine Nachfrage, Herr Maaßen. Viele haben ja, als sie von ihrer Kandidatur hörten, den Kopf geschüttelt und sich gefragt, was will er denn jetzt noch reißen? Verschätzt er sich nicht in den Kräfteverhältnissen? Diese ganze Partei ist so abgewirtschaftet und hat sich so enttäuschend verhalten gegenüber ihren eigenen Leuten. Was sagen sie denen? Das müssen sie ja jetzt in jedem Dorf wahrscheinlich im Wahlkreis wiederholen, ne? Nein, das muss ich nicht in jedem Dorf wiederholen, weil viele Leute wie ich der Auffassung sind, dass die CDU die politische Heimat ist und ich lasse mich nicht aus der Heimat vertreiben und ich lasse mich nicht einer anderen Heimat oder einer anderen Partei zuordnen, auch wenn die anderen das gerne möchten. Ich bin 78 in die Junge Union eingetreten, 87 in die CDU und lasse mich jetzt nicht von Leuten aus der Partei vertreiben, die jedenfalls aus meiner Sicht keine christdemokratischen Werte vertreten, linke Werte vertreten, grüne Positionen vertreten, wo ich mir die Frage stelle, ob die nicht bei den Grünen besser aufgehoben sind als bei einer CDU von Helmut Kohl und Konrad Adenauer. Vera, hat Hans-Georg Maaßen eine Chance? Na, ich hoffe, dass er ein Katalysator ist nachher in der Bundestagsfraktion, der dafür sorgt, dass noch mehr Kollegen endlich wieder aus sich herausgehen und sich wieder trauen, die Meinung, die sie eigentlich haben, auch öffentlich zu äußern und sich damit zu positionieren. Damit wäre schon sehr viel gewonnen. Aber ich finde vor allen Dingen dieses Signal ganz wichtig, dass Hans-Georg Maaßen aufgestellt wurde, denn das zeigt, wie die Öffentlichkeit oder die Gesellschaft eigentlich wirklich denkt. Er ist aufgestellt worden und das heißt, dass die Kanzlerin Antifa Zeckenbiss aufgesessen ist und ganz dass Chemnitz eine ganze Stadt als braunes Nest vor der Weltöffentlichkeit diskreditiert hat, dass die Mehrheit dieser Legende nicht glaubt, sondern dass die Mehrheit Hans-Georg Maaßen glaubt. Und das ist für mich ein ganz wichtiges Signal gewesen. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, was uns verbindet, bei aller Unterschiedlichkeit oder unterschiedlichen Parteizugehörigkeit verbindet uns, dass wir alles Leute sind, die nicht aufgehört haben, selbst zu denken, die nicht einfach den Vorgaben oder dem Mainstream oder den Parteidirektiven folgen, sondern selbst denken und sich erlauben, wenn sie in ihrem Denken zu einem anderen Ergebnis kommen, das auch öffentlich zu äußern. Das ist wichtig, dass solche Leute nicht geliebt werden, nicht nur in Diktaturen, sondern auch in der Demokratie, ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass solche Leute, wie wir es sind oder wie du aufgezählt hast, ganz wichtig sind als Signal, dass es auch andere Positionen gibt und Leute, die sich nicht davon abbringen lassen, diese Positionen zu vertreten, von denen sie überzeugt sind und dass es noch andere Möglichkeiten gibt, als sich einfach nur anzupassen und abzuducken. Und das ist gerade, wird das immer wichtiger, denn es gibt zurzeit nur die Alternative, also entweder depressiv zu werden und hoffnungslos oder sich zu wehren. Und ich gehöre zu denen und die du aufgezählt hast, gehören auch dazu, die sich lieber wehren, als depressiv zu werden. Wenn in dieser verflixten Zeit der Mut sinkt und bei vielen ist das ja der Fall, dann reicht es immer mal Vera Lengsfeld zu hören. Vielen Dank, das ist jetzt Indubio gewesen für heute. Hans-Georg Maaßen, auch Ihnen danke für diese muntere Gesprächsrunde und allen einen schönen Sonntag.